Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geld einfach erklärt hier auf dem Invest Invest YouTube Kanal. Mein Name ist Jan und heute beschäftigen wir uns mit den Gemeinsamkeiten sowie den Unterschieden von Exchange Traded Products, die ja immer wieder im Zusammenhang mit verschiedenen Investmentprodukten verwendet werden. Egal ob ETF, ETC oder ETN, sie alle gehören zu der einen großen Familie der Exchange Traded Products. Das E und das T in den Kürzeln steht für Exchange Traded, was auf Deutsch so viel wie Börsen gehandelt bedeutet. Exchange Traded Products sind passiv gemanagte, an der Börse handelbare Wertpapiere, mit denen man auf Kostentwicklungen von Aktien, Rohstoffen, Anleihen oder auch Währungen setzen kann. Das Ziel eines Exchange Traded Products ist es, einen bestimmten Index oder einen bestimmten Basiswert so genau wie möglich nachzubilden, um einen sehr geringen Tracking Error aufzuweisen, denn es sollte ja dieser Index eine vergleichbare Wertentwicklung mit unserem Exchange Traded Product haben. Bei passiv gemanagten Produkten sitzt kein Fondsmanager da, der sozusagen Stockpicking betreibt, also einzelne Aktientitel aussucht. Die Anpassungen finden bei Exchange Traded Products durch ein automatisch handelndes Computersystem statt, was dann natürlich die Verwaltungsgebühren dementsprechend senkt und natürlich dann ein Vorteil für den Investor ist. Doch nun noch zu den Unterschieden zwischen ETFs, ETC und ETN. Ein ETFs, also ein Exchange Traded Fonds, bildet ja einen bestimmten Index, eine Branche oder auch ein Thema ab, bietet einen breit gestreuten und einfachen Zugang zu einem bestimmten Marktbereich und ist als Sondervermögen vor der Insolvenz der Kapitalanlagegesellschaft geschützt. Dies liegt darin, dass bei ETFs eine Gesellschaft gegründet werden muss, die dann die Wertpapiere physisch einkauft. Das bedeutet, dass dann natürlich der Wert dieser Gesellschaft mit dem Wert der eingekauften Wertpapiere, die im Portfolio liegen, schwankt. Um dann nun dem Anleger Zugang zu dieser Volatilität zu geben, gibt dann die Gesellschaft selbst Wertpapiere aus. Diese Wertpapiere schwanken eben mit dem Wert der Gesellschaft, welcher ja mit dem Wert der Wertpapiere im Portfolio schwankt. Ebenso wird ein Index dann so genau wie möglich nachgebildet. Es gibt aber auch natürlich verschiedene Arten von ETFs. Es gibt zum Beispiel ETFs auf Indizes, wie zum Beispiel auf den DAX. Es gibt ETFs auf verschiedene Branchen, wie zum Beispiel auf die Energiebranche. Oder es gibt auch ETFs auf Rohstoffe, sowie auf Länder und spezielle Regionen, wie zum Beispiel ein ETF in Emerging Markets. Einer der größten ETFs, der auch weltweit komplett gestreut ist, quasi ist der MSCI World. Ganz spezielle Formen von einem ETF sind zum Beispiel der Short ETF. Bei dem Short ETF mache ich alle Bewegungen, was der normale ETF macht, genau spiegelverkehrt. Also geht der normale ETF um 2% nach oben, macht mein Short ETF 2% Minus. Andersrum natürlich dann genauso, geht mein normaler ETF um 2% nach unten, macht mein Short ETF um 2% dann Plus. Noch eine andere Form ist der Leverage ETF. Hier nutze ich einen Hebel von zum Beispiel 2, macht also mein normaler ETF eigentlich 2%, so macht mein Leverage ETF 4%. Und das ist natürlich aber dasselbe auch umgekehrt. Also macht der normale ETF minus 2%, dann mit einem Hebel von 2% macht er mein Leverage ETF minus 4%, wodurch sich dann natürlich ordentlich auch Geld verlieren lässt. Nun noch zu den Exchange Traded Commodities. Die ETCs bieten eine Möglichkeit in einzelne Rohstoffe oder Edelmetalle zu investieren. Sie sind aber nicht wie es ETFs zum Beispiel sind, physisch hinterlegt. Es handelt sich eben hier nur um von Banken begebene Schuldverschreibungen, die nicht vor der Insolvenz des Emittenten schützt. Also ähneln sich in dieser Hinsicht ETCs stark Zertifikaten. Jedoch werden ETCs häufig von Zweckgesellschaften emittiert oder mit bestimmten Sicherheiten unterlegt, um eine ähnliche Sicherheitsstufe zu erreichen, wie sie zum Beispiel ETFs haben. Nun noch zu den ETNs, also die Exchange Traded Nodes bieten die Möglichkeit in verschiedene Währungen zu investieren. Jedoch sind sie genauso wie ETCs nicht physisch hinterlegt, sondern hier handelt es sich ebenfalls um von Banken begangene Schuldverschreibungen, welche eben nicht vor der Insolvenz des Emittenten schützt. Jedoch sind ETNs genau wie ETCs meist besichert und haben damit ein geringeres Ausfallsrisiko, als es zum Beispiel Zertifikate haben. Die Familie der Exchange Traded Products, also ETFs, ETCs sowie ETNs, eignen sich doch besonders gut, um ein weltweit diversifiziertes Aktien, Anleihen, Rohstoff sowie Währungsportfolio aufzubauen. Um solch eine Diversifikation normal als Anleger zu erreichen, müsste man Unmengen an Einzeltiteln erwerben, was natürlich hohe Transaktionskosten verursachen würde. Zudem ist das als Kleinanleger eigentlich so gut wie nicht machbar. In dieser Hinsicht also sind Exchange Traded Products eine große Bereicherung für das Anlagespektrum eines jeden. Wollt auch ihr wissen, welche Anlageprodukte man aktuell kaufen sollte oder welche Anlageprodukte man aktuell eher verkaufen sollte, und ihr auch Gewinner dieses Generationenumbruchs werden wollt, dann schließt die Invest Invest Jahres Mitgliedschaft und werdet Teil dieser unfassbaren Erfolgskommunity. Wenn euch dieses Video gefallen hat, so lasst uns gerne ein Like da, schreibt in den Kommentaren auch gerne Ideen für weitere Videos mit Themeninhalten und einfach auch Fragestellungen. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein neues Video mehr verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video, macht's gut und ciao. Bis zum nächsten Mal.